Servus, liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Endlich kann ich mal wieder ein bisschen was berichten zu einem Mythic Boss. Und zwar geht es um den Rat des Blutes aus Schloss Natria. Mythic natürlich und ich will euch ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr auch mit eurer Gilde den Fight bestehen könnt. Ihr seht, wir haben losgelegt und pullen als erstes Frieda. Was in diesem Fight sehr wichtig ist, ist hauptsächlich Positioning und dass zur richtigen Zeit Damage auf die richtigen Mobs kommt. Ihr seht an dieser Stelle, wir stehen immer auf einem festen Mark, da wir das Dark Recital, den dunklen Vortrag haben, der auf insgesamt sechs Spieler platziert wird. Wir machen es dann so, wir stehen allesamt als Raid auf einem Fleck, exklusive Tanks. Die Spieler bekommen das Recital. Die, die davon betroffen sind, laufen rechts rum und laufen quasi einen Kreis um den Boss. Alle anderen gehen einen Schritt nach links und weichen somit den Flächen aus, die auf dem Boden erscheinen. Es ist super wichtig, wenn ihr kein Recital habt, movt sofort. Wenn ihr da alle auf dem Fleck steckt und einen Tick von sechs Flächen bekommt, seid ihr tot. Also brecht auch euren Cast ab. Tot bringt ihr eurem Raid nichts. Als lebendiger Spieler seid ihr deutlich wertvoller. Und für die Spieler, die außen rumlaufen, es ist wichtig, dass ihr da das richtige Gefühl findet. Ihr müsst im Pulk bleiben. Beispielsweise, wenn einer vorrennt, einer hängt sehr stark hinten dran. Dann wird er unter Umständen von anderen Flächen vor ihm getroffen. Also lauft zusammen, macht Stutter-Steps. Also geht immer einen Schritt zurück, Stopp, Schritt vor, Stopp, Schritt vor, Stopp und so weiter und so fort. Und dann solltet ihr, hier seht ihr es jetzt nochmal so, wir sind jetzt verbunden, laufen hier langsam drumherum, dass wir denn von den Flächen nicht getroffen werden und danach gehen wir wieder auf Ausgangspose. Was sich in dem Fall auf Mythic verändert, deswegen stehen wir jetzt hier bei dem grünen Markt, jeder Boss, der stirbt, hinterlässt dann quasi ein Abbild, das in regelmäßigen Abständen eine Fähigkeit wirkt. In dem Fall ist es so, dass Frieda, wenn sie stirbt, alle, ich weiß nicht, ich glaube, 30 Sekunden so in den Dreh, ein Abbild von sich wirkt, was viermal diese Schattenblitzsalve castet und gekickt werden muss. Oder, ich weiß nicht, ob das zeitbasiert, drei, viermal so in dem Dreh sind es, die ihr sie kicken müsst. Und ihr wollt natürlich, wenn ihr sie ganz vorne killt und dann am Ende, weil es nicht in der Mitte spielt, kommt ihr an die Gute nicht mehr ran. Deswegen wollt ihr sie ungefähr hier in der Mitte des ersten oder des vorderen Abteils des Raumes töten. Eine weitere Besonderheit des Mythic-Kampfes ist das sogenannte Tanzfieber. Da bekommen alle eine Minute fünf Spieler je drei Stacks. Wenn sie hüpfen, machen sie Schaden am Raid. Wenn sie nach 30 Sekunden nicht hüpfen oder nicht gehüpft sind und noch Stacks haben, sind sie dead. Das heißt, hier müsst ihr einfach eine Mischung finden aus nicht zu viele hüpfen, dass ihr nicht den ganzen Raid killt, aber auch so, dass ihr rechtzeitig die Stacks loswerdet. Dann, ab P2, wir haben Frieda gekillt, kommen jetzt neue Sachen hinzu, beispielsweise hier diese tanzenden Narren heißen sie, glaube ich. Da einfach, wenn ihr nach vorne geht oder in die Mitte des Raumes, könnt ihr den immer ausweichen. Und wir haben wie auch auf HC den pflichtbewussten Diener. Der muss gekillt werden, sofort. Sonst, er macht ein Schild auf den Boss mit der wenigsten HP. Und wenn ihr den nicht killt, macht ihr keinen Schaden mehr am Boss. Und ihr wollt Schaden am Boss machen. Und dann habt ihr noch, wenn ihr diese Reihenfolge wählt, wir machen Frieda, Stavros und dann Niklaus, habt ihr diese widerwärtigen Kellner hier am Start. Das ist auch der Grund, warum es super praktisch ist, zwei bis drei Eulen im Raid zu haben. Denn, die haben jetzt nicht so viel Life, sind so 140, 150k. Aber stehen halt immer spreaded, sie können nicht getankt werden, pipapo. Wenn ihr drei Eulen habt, die ständig Sternregen am Start haben, gehen die halt fast von selber down. Also, das macht es euch wesentlich einfacher. Eulen müssen nicht viel tun, um auf diese Ads Schaden zu machen. Also, wenn ihr ein, zwei Eulen parat habt, setzt ihr auf jeden Fall ein. Sind hier sehr stark bei dem Fight. Auch, wenn ihr sie dann ab diesem Punkt mit beispielsweise Power Infusion vom Priester unterstützt, kommt eurem Damage zugute. So, dann habt ihr wie immer, wenn ein Boss 50% erreicht, diese Tanzphasen. Gut, ist jetzt nicht so super spannend. Nutzt halt die Stacks, um danach ordentlich Damage zu machen. Ihr kriegt dann einen Tempo Boost. Also, hier reinhauen. Und ansonsten wiederholen sich bis dahin die Fähigkeiten, die ihr schon von vorher kennt. Also, Dark Recital, dunkler Vortrag, wichtig, das ordentlich zu spielen. Hier kommen jetzt wieder die tanzenden Narren, glaube ich, heißen sie. Da einfach nicht drinstehen. Ads bomben und immer sehen, dass ihr gleichzeitig den Boss runterbringt. Denn es deckt auch hier ein Debuff hoch. Je länger ihr braucht, desto mehr Schaden bekommt jeder Spieler. Diese Debuffs resetten, wenn ein Boss stirbt. Oder wenn ihr in diese Tanzphase ab 50% geht. Also, es ist schon in gewissem Maßen ein Damage-Check dazu. Ein sehr, sehr langer Fight mit teilweise so 9 bis 11 Minuten. Also, ihr müsst euch von Anfang bis Ende gut konzentrieren. Theoretisch, wenn ihr sehr wenig Damage dabei habt und lang braucht, könntet ihr am Anfang Kampfrausch ziehen und hinten raus nochmal. Aber würde ich jetzt nicht empfehlen. In dem Fall kommt es echt drauf an, Kampfrausch zum richtigen Zeitpunkt zu ziehen. Jetzt haben wir einen wichtigen Punkt gleich. Wenn Lord Starfrost stirbt, ihr wollt nach Möglichkeit Niklaus, wenn er als einziger aktiv ist, so schnell wie möglich in diese 50%-Phase prügeln. Da macht es natürlich Sinn, wenn diese Attendants, die das Schild machen, mit der nicht kommt oder nicht sofort, wenn Niklaus am Start ist. In der letzten Phase, wenn nur noch Niklaus übrig ist, kommen diese Dutiful Attendants alle, ich glaube, 20 Sekunden. Also, schneller als sonst. Hier der pflichtbewusster Diener. Und wenn ihr jetzt noch wartet, Starfrost ganz, ganz low habt, dann kommt der Diener. Ihr prügelt ihn um, killt dann Starfrost. Bedeutet, ihr habt dann maximal Zeit, um Niklaus schon mal runter zu prügeln. Wir spielen den Dut in der Mitte des Raumes. Hier wird es jetzt interessant, sobald ihr einen dieser kleinen Mobs tötet oder wenn generell ein Diener stirbt, wird der Boss gebufft und auch das große Ed, was er beschwört. Beim Boss ist es ziemlich Latte, aber das große Ed donnert euch richtig ins Gesicht. Ihr müsst gleichzeitig auch wieder dealen mit dem Abbild von Frieda. Jetzt kommt dann noch das von Star Wars hinzu. Jetzt haben wir besagten Steinwachen-Veteran. Den prügeln wir jetzt mit Kampfrausch und CDs direkt um, den ersten. Und ihr habt natürlich weiterhin alle anderen Fähigkeiten. Die Diener, die das Schild machen, die müssen schnell fallen, sonst geht der Boss nicht da und so weiter und so fort. Ihr habt das Abbild von Frieda, was gekickt werden muss. Ihr habt den dunklen Vortrag, der jetzt auch weiterhin aktiv ist. Also am Ende ist es quasi alles. Alle Fähigkeiten kommen nacheinander. Teilweise überlappen sie. Das macht den Fight recht schwierig. So, jetzt kloppen wir Niklaus auf gleich 50 Prozent, gehen damit in die Zwischenphase. Und wir bekommen jetzt nochmal ein dickes Ed. Das knockt euch immer zurück. Kann teilweise auch ein bisschen eklig sein. Das Gute daran ist, dieses Ed macht halt richtig viel Schaden am Tank. Viele kiten die Dinger teilweise wild durch die Gegend. Wir haben uns jetzt entschieden, die ersten drei zu killen. Der erste fliegt mit KR und CDs einfach so um. Den zweiten könnt ihr mit in diese Tanzphase nehmen. Er macht da nichts. Und die Range-CDs können den Dude einfach umprügeln. Und den dritten schafft man eigentlich auch relativ gut zu drücken. Danach haben wir einen Demon Hunter Tank genommen mit unserem Monk Tank. Die haben das Ding dann immer gekitet. Ist halt eklig in dem Sinne. Die werden halt gebufft von den kleinen Eds und scheppern eurem Tank da richtige Kellen ins Gesicht. Das deckt dann teilweise auch hoch. Und ja, das macht böse Auer. Und hier gilt's, wichtigstes Ziel ist einfach, wenn so ein Dutiful Attendant da ist, der muss sterben, sonst erleidet der Boss keinen Schaden. Und je schneller der umfällt, desto schneller tötet ihr den Boss. Am Ende ist es hier eher so ein Rennen. Ihr oder der Boss. Die kleinen Eds, die da rumfliegen, da bin ich jetzt ab diesem Zeitpunkt fast gar nicht mehr aktiv draufgegangen. Ich hab immer Sternenregen versucht, oben zu halten. Aber da es der First Kill war, weiß nicht, es war ein wilder Mix aus. Ich muss so viel Damage wie möglich auf den Boss pumpen. Wird teilweise auch ein bisschen unübersichtlich hier raus. So, jetzt kommt das dritte Ed. Oder der dritte Veteran. Den prügeln wir auch nochmal um. Einfach, weil wir sagen wollten, wir werden es nicht schaffen, den Boss zu killen, bevor das vierte Ed kommt. Und wir wollten nicht, dass unser Tank zwei von den Dingern kiten muss, damit nichts schief geht. Gleichzeitig habt ihr auch wieder diese pflichtbewussten Diener. Also, ihr müsst wirklich in dieser Zeit viel Damage rauspumpen auf immer die richtigen Targets. So, dann kommt natürlich auch noch das Springen dazu. Macht ziemlich Raid Damage. Also, hier ist schon einiges los. Bis hierhin sieht der Fight auch sehr, sehr clean aus. 17% noch. Da kommt das Spirit Link. Ich muss jetzt noch dreimal jumpen. So, da seht ihr, kriegt der Raid Schaden. Und jetzt wird es dann doch noch ein bisschen hektisch. Da wir ein blödes Recital haben. Hier, zack, wir werden vom Ad zurückgenockt. Hier ist jetzt einfach, jeder läuft für sich durch die Gegend. Da habe ich, glaube ich, meinen Hunter-Kollegen dann gekillt. Ich ticke dann auch jetzt gleich runter. Und jetzt gilt es einfach nur. Es wird hektisch. Viele Ads. Das dicke Ad wird gekitet. Und jetzt muss einfach der Boss sterben. Pflichtbewusster Diener kommt gleich nochmal. Da habt ihr keine Wahl. Wenn der kommt, es nützt nichts. Wenn der am Boss ist, muss der Diener sterben. Sonst schillt. Was ihr machen könnt, in dem Zeitpunkt, ist einfach den Boss ein bisschen weghalten, dass der Diener laufen muss. Und dann vielleicht noch den Boss umflexen. Aber in dem Fall, es hat gereicht. Der Diener stirbt. Und dann gehen auch die letzten 200k des Bosses runter. Und damit ist der Kill drin. Alles in allem. Mir hat der Fight ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Ganz nett. Vielleicht ein bisschen zu lang. Aber so von den Mechaniken und Fähigkeiten, die er hatte, ist das echt ein Boss gewesen, der sehr, sehr ja, intensiv war. In meinen Augen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, weil sich einige von euch ja schon mal beschwert hatten, nehmen wir auch mit. Das Looten. So, und da ist auch tatsächlich was für mich drin. Eine Brust. Da habe ich noch eine 2-13er. Also alles in allem. Erfolgreicher Abend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.